Herzlich Willkommen zurück und in dieser Empfangshalle haben wir vorher den Vertrag mit dem Teufel unterschrieben, sozusagen. Wir haben unseren Mietvertrag unterschrieben, dass wir hier das Zimmer Nummer 13 in der... ...irgendwo, Straße unterschreiben. Und ist vor unserem Fenster... Ah, oben ist unser Zimmer. Vor unserem Fenster hier ist eine Frau entführt worden, von einem Affen. Übrigens ist es schon eine Frechheit, das Zimmer zu vermieten, wenn der Feuer nicht ausräumt. Dann sind wir hier hinten vom Boden in Gang gegangen. Haben hier den großen Affen wieder gesehen, der die Frau entführt hat. Und hier haben wir unseren Freund, unseren Vormieter. Und jetzt sind wir dabei... ...die Geheimnisse weiterzukehren. So. Und los geht's. So. 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 Okay Mit dem scharfen Glas können wir die Puppe aufschneiden Aha, und das, wo ich jetzt hinkriege, der Wandtipps Okay In der Puppe ist ein Scharfenviel Respekt Okay, jetzt kriegt der Hund sehr leckerli Jetzt müssen wir wahrscheinlich, weil er schmutzige Kurke ist, müssen wir schon hier erst waschen Oh, mit Fisch So, jetzt kriegst du da leckerli und ich krieg hoffentlich jetzt irgendwo, was ich brauche Genau die Trommelstücke, genau die wollt ihr die ganze Zeit So, jetzt kriegst du das viele auf nach demestschen Und dann kriegst du da ein Panzerchen Oh, ich bin da die Tasche Oh, ich bin da, da du da Genau, ich bin da, ich bin da, ich bin da Ich bin da, ich bin da, ich bin da jetzt die mit blauen raum sind angeblich anscheinend wisst das muss ich doch noch da gehen weil es ist nicht Wind und Metall Wind und Stein genau die Flugrichtung Wasser Metall ist das Anker Wasser und Stein ist dies Metall und Hetze ist das genau ich muss es doch aktiviert 1,3,6,5 hier eine Maske fehlt Mechanismus fehlt eine Gette da fehlt ein Kringelchen da fehlt ein Zeiger spüren wir mal welche Trommelstücke haben wir da fehlt ein Zeiger Warte mal, ich spiele Die Rallye lag... Äh, da hier. Okay, jetzt haben wir zwei Gänge offen. Okay, da brauche ich ein Fliesending. Ich habe mir echt leid, Süße, aber... Ich hätte der Liebling in der Kleine gerne umgelegt, aber der mag den immer. Okay, ähm, Ohrring. Fiederperle. Okay. 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 Das wird auch hier. So Oh! Er kam hier? Oh hier, muss ich hier? Schalplatte, was soll ich mit einer Schalplatte? Schalplatte, was soll ich mit einer Schalplatte gehen? Ich nehme jetzt auch Hamlet. Schalplatte, was soll ich mit einer Schalplatte gehen? Schalplatte, was soll ich mit einer Schalplatte gehen? Schalplatte, was soll ich mit einer Schalplatte gehen? Ich hoffe, ich habe nichts mehr zu machen. Ich hoffe, ich habe nichts mehr zu machen. Schalplatte, was soll ich mit einer Schalplatte gehen? 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 Schalplatte, was soll ich mit einer Schalplatte reden? Schalplatte, was designed für eins? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Den gib ich nicht mehr her. Der kann mit Hamlet 2 spielen. Vielen Dank. Oh, no. 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 Oh, oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Und aber das kacheln wir das nächste Mal jetzt ab, also tschüss.